Danke. Also ich bin nur auf der Shop, also... Progress, progress. Ja. Ja, progress, progress. Schöne Begrüßung. So, äh, was haben wir denn für Belohnung? Wir haben doch Belohnung, nicht wahr? Toll, Waffenbata... Ich will keine Waffenbata... Ich will Blubbles! Ich will Blubbles! Ich krieg da nicht mal Blubbles. Wo krieg ich Blubbles? Wo, da, 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 da... Also ich kann mit Visa... Was ist noch mal... Was ist noch mal rot-gelber Punkt übereinander? MX... Discover? Es ist Blurry... UCB... Nee, JCB... Wo steht da... Es ist ein Pausenknopf drauf... Und irgendwann... Tab irgendwas mit Tab... Uni... Survey... Un... Uni Pay und Troy... Mastercard genau, danke! Habe ich alles nicht, cool! die kreditkarte ich will das alles haben das klingt wie tastaturkloppen kloppen dieses klack klack es klingt ein bisschen wie klack klack okay was muss ich machen ich musste dahin stark bleibt ich bin ich bin stark notgedrungen ich habe keine karte ich mach mal nebenbei ich lade es mal nebenbei aufs handy runter ja nicht jetzt power of fantasy ich glaube nur mal so kurz also nur mal also nur mal aus spaß nur nur mal um nur mal um zu gucken ob das funktioniert und dann ladet das mal runter ne hallo er was eric eric gelesen greetings arkan alrek captain klima has informed me of your situation i'm delighted to see the return of one of our steam executors teamer franz said that you lost all your memories upon your rescue is that so ne er hat gelogen yes i can't remember anything that happened before then die haare von jan the report also mentions that you possess excellent combat skills it looks like you have retained your past training in skills which is to say you can still perform your duties as an executor i have no doubt wie soll ich dann einsagen however a full inspection is still required before you return to active duty we will log your data and upgrade your suppressor with the latest modules an der stadt herbraten kamera gerade hin gesucht damit man nicht bald den tisch ganz runterfahren muss weil der stuhl versteigert wurde ich kann ja auch stehen locker kein stress danke für die fünf euro viel wie dank locker dankeschön warte mal ich muss die käme wieder umsetzen da habe ich gerade gesehen dankeschön locker guten morgen guck mal guck mal ich kann bubbeln hallo heilige senfkatze warte äh ich ich spiel hier supressoren wechseln ja klar mache ich beginne die identitätsverifikation und tausche die supressoren aus ja klar äh was ja ich verbessere mal ne aha ich verbessere nochmal ne hab ich nicht mehr hab verbessert oh nicht franz ich hasse franz 62 prozent schon geladen kann ich auch gleichzeitig im account sein also kann ich hier spielen und nebenbei reinpayen weiß ich nicht franz aber ist schon echt scheiße mit so einem alten knacker wie dir franz hey have you told them everything not entirely von gott und hey same all you everything's a secret yet you still want people to go out on a limb for you 9 bis 80 there is no confirmation of what happened to our returned executor we found an unknown string of virus in their suppressor chip during the inspection the virus tried to infect the executor's orders database thankfully we found it in time and isolated it but as soon as it was discovered it initiated a self-destruct sequence we did not manage to discover its origins oh is that true you really lost your memories we did a full inspection there is evidence that someone white their memories aside from that we find no abnormalities eric could it be that incident from half a year ago what are you talking about man da sind keine frauen wenn wenn sich männer unterhalten höre ich nicht zu i'm sorry i will assign someone to get to the bottom of what happened to you i hope it does not damage the trust between us ich mein der ist ja okay der der elric der ist ja okay aber könnte da noch eine frau also statt franziska wie wär's mit einer franziska don't catch your breath just yet arkhan there's still another grave matter at hand das ist dio das ist mir egal was ihr sagt das ist dios stimme was ich nehme an du bist mit dem namen eason hunter vertraut eason he's an engineer eason and has been with us for six years what about him er hatte vor kurzem kontakt mit den erben von aida mein bauchgefühl sagt mir dass er ein spionist what eason how sure hör auf eason so falsch auszusprechen eason ach du glaubst mir nicht wir sollten ihn trotzdem verhören findest du nicht warum muss ich immer einspringen wenn die synchro zahlen nicht gehen i checked the visitors records eason just left the outpost lobby the security records can show us his most recent route let's see what he has been up to hand und fingerbruch wie wär's 98 prozent das dauert aber ganz schön lang die letzten zwei activating mimesis reconstructing eason's tracks wenigstens bleib ich schön pink erst mal angrabbeln wird installiert warte mal kurz okay ich gehe mal auf spielen ich drücke mal kurz f ne was vermeide die roten kabel benutze die zange um das grüne kabel durch was warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz ich brauche jetzt also wieder oben ich kann nicht springen und es zieht mir trotzdem energie ich weiß nicht ob ich es jetzt noch schaffe okay ist das biotech okay biotech aber fach oh zählt es als achso oh okay okay ich dachte nur der laser der da rauskommt okay ja dann so okay hä wird halt nicht so dick ist ja pixlerarbeit nicht genügend speicherplatz oh mein gott ich muss jetzt mal mein handy leeren okay wartet was hab ich denn da drauf was ich runterschmeißen kann power of fantasy sollte ich nicht runterschmeißen glaube ich äh äh ich hab doch schon fast gar nichts mehr auf dem handy drauf ja braucht man sowas wie die luca app noch ich deinstallier mal tft das kann ja wieder installieren ja nicht sicher okay oh da hat mein nachbar schon wieder sein scheiß angeber penis verlängerungsauto gefahren ich höre das durch die kopfhörer und durch das geblubbel und durch das geschlossene fenster wollte schon mal erwähnt haben aua erst im oktober wieder nicht genug speichern wie viel brauchst du denn was ist denn mit euch wie viel braucht ihr denn an speicherplatz was ja ich rede weiter we lack eyes on the outside of high crosses dome i just received word that the third bomb has been found there outside the dome was tschuldigung ich werde nicht reden was stand da ja also wenn du mein nachbar wärst wüsst ich das glaube ich doch noch nicht was die 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 Where's your back-up plan? Hier! Huh? What am I supposed to do with this little thing? Das Forno-Switch! We can go back before the explosion! Hurry, grab it before it's too late! Mach ein Loch in die Kopf, ist ja nicht deiner! Oh Gott, Ruckel! Franz, brauch Hilfe! Do you have the location of the explosives? I've uploaded the info to the database. Good. I'll have someone disarmed the one in the lobby. You two take care of the one on the dome. Ja, klar! Warum muss ich den Bösen machen? Äh... Wartet, ich bin gleich da? Hä, was sind das für Blubbels? Hä, wieso? Hä, wieso geht der einfach wieder zurück? Nein! Nein! Äh? Äh? Okay. 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 Ich nehm's. Ist zwar nicht fair, aber hey. Sorry. Tja, wenn du das wissen möchtest, fragst du besser Eric. Aber unter uns über manche Sachen legt man besser den Mantel des Schweigens. Anyway. We shouldn't talk behind his back like this here. Now that everything's been resolved, I'm not needed here anymore. Don't worry. Ich wär' aber nötig. Ich wär' aber nötig. Ich wär' aber nötig. Hä? Hä? Just make sure you don't disappoint the Archon. You have a bright future ahead of you. Oh, I almost forgot. I have a gift for you. Go pick it up when you have the time. Klar, wo? Sind es Blubbles? Sind es Blubbles? Sind es Blubbles? I'm off. I'll leave you to it. Ich will Blubbles. Gib mir Blubbles. Wo? 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 Wo Geschenk? Wo? Wo? Er hat oben gesagt. Wo ist oben? Was hast du? Ist das ein Briefkasten? Nee, ist ein Mülleimer. Eric erinnert mich irgendwie an die Stimme von Snack. Dio ist auch die Stimme von Snack. Ich muss Sachen runterlöschen. Ich weiß noch nicht was. Warte mal, diese ganzen bescheiden Word-Sachen kann ich runter. Ich hab' die noch nie benutzt. Also ihr müsst schon was meinen. Kann ich einfach einen Ordner mit Inhalt löschen? Also, ich wüsste nichts belohnenderes, als heute eine richtig schöne noch Waifu zu ziehen, oder? Ja, ja, warte kurz. Deswegen muss ich ja reinpayen können, damit ich die saven kann. Ey, warte mal, wo ist Eric? Wo hat er gesagt, liegt mein Geschenk? Oh, da wollte ich nicht hin. Pfff. Oh. Da sind keine Bübels. Warte, Terminal. Okay. Drück die lieber. Ich drück die. Omnium-Kristall. Benutzen. Dankeschön. Und Waffen. Wieso leuchten meine Waffen? Ich kann sie verbessern. Ich will sie grad nicht verbessern. Es reicht schon, danke. Was hab ich grad gemacht? Hä, warum hab ich plötzlich Flügel gehabt? Hä? Nee. Nee. Reicht das jetzt am Speicherplatz? Entschuldigung. Ne? Wieso nicht? Ja. Wenn es vorbei geht. Ich lerne nicht mal genug Sprecher, das kann sein. Klar. Klar. Hallo, Siegami. Ne. I will explain everything to you in due course. Da ist schon wieder Clemmy mit seinem Fake-Kostüm, ne? Ja. Ja. Oh, nee. Ich will nicht ins Parlament. Oder geht ihr ohne mich? Geht ohne mich. Ja, das bist du, Clemmy. Du hast dich nur umbenannt. Das ist ein Code-Name. Ein Deckname, mein ich. Mia! Mia! Grüß noch einen Hammer gab's nicht, oder? Nee. Ja, wo denn? Ich will das Geschenk jetzt. Okay. Oh ja, Geschenk. Aua! Wo? Wo? Da oben. Hier muss man immer so viel laufen. Wer ist die denn? Oh. Oh, Entschuldigung. Wer ist die Frau denn? Alter, die Brüße. Tut mir leid, ich möchte mich einfach mal einen Tag ausruhen. Fühle. Fühle. Ich will auch was. Kann ich's da auch suchen? Donner, Wolke, Heide, was? Oh, hä? Ich hab nichts gedrückt. Wieso ist die einfach geklettert? Oh, die ist ja auch süß. Die hat... Aber mein ist hübscher. Also mein... Also alle sind hübscher von mir. Also weil meine Wife ist... Oh! Ist das mein Geschenk? Ist das mein Geschenk? Greetings, Cobalt B. Boah. Kann ich die auch haben? Viel Spaß, Lörker. Hm. Wer möchtest du sein? Franz hat mich gefragt, dass du etwas von dir auspürennst. Franz? Ja. Ich erinnere mich jetzt. Hier ist der Falcon, den er von Banjus Tech gekauft hat. Es ist jetzt dein. Ja. Falcon? Das ist... für mich? Das ist das Beste, das die Fahrzeugen-Departement hat. Ich bin ausgerutscht. According to the manual, it runs on pure Omnium. Has carbon alloy body and Magnet... Oh. Was für. Bin ausgerutscht. We might be able to increase the engine efficiency by 20% if we tune the transmission a bit. Or... Never mind. Well, it's not an easy vehicle to drive. Don't get too cocky before you're familiar with its capabilities. Nein, ich doch nicht. I'll be careful. Thank you. Ich doch nicht. Niemals. Mentioned it. I happen to have something to do with Hykros anyway, so... It was no trouble. Gar kein Thema. Let's test out the Falcon. Ja. Ein Omnium-Motorrad, das von Hykros massenweise produziert wurde. Stößt kaum Abgase aus, fährt leise und ist extrem kosteneffizient. Die perfekte Wahl für Wanderer, aber beim Fahren ist trotzdem Vorsicht geboten. V? 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 Äh, wo ist Gerard? Fahr für Fahrzeuge. Oh Gott. Was, Mayo? Oh, guck mal, die ist auch so hübsch wie ich. Hallo Gerard. Wieso ist die in T-Pose? Wieso ist die Oasia in T-Pose? Dann ist sie ja doch nicht so hübsch wie meine. Ähm, jetzt mal so rein theoretisch, ne? Nee, nicht da. Auch nicht da. So rein theoretisch. Hä, wieso steht die jetzt dazwischen? Oh, ist sie süß! Oh. Äh. Also, rein theoretisch, ja. Was ist denn der Unterschied hier? Was, was ist der Unterschied zwischen Rot und Goldkern? Beim Kieferorthogin wollte mich nicht behandeln. Hallo Tani. Was ist denn da der Unterschied? Was brauche ich denn? mehr infos wieder geburt umgewandelt in schwarz was aufzeichnung und das hier aber auch wo steht denn also prozent gleich oder also das ist wahrscheinlich vorübergehend richtig und das ist immer da habe ich es richtig verstanden 10 1500 wie viel kostet ich muss einfach so tun als ob ich das kaufen will also dann geht hier drauf ist aber schon teuer ist aber schon teuer hallo wie war das jetzt mit dem Wo war das denn jetzt? Ne, nicht der siebenteil. Wo war das denn? Rotkernpaket M? Ist das günstiger? Ja! Das kostet ja viel weniger. Ich nehme mal Rotkernpaket. Ich kaufe die einfach alle. Was sind denn das für welche? Was ist denn Sondergutschein? Was ist das? Von Matrizen? Was sind Matrizen? Ich habe Matratzen. Okay. Ja! Progress, progress. Ich meine so ein monatlicher Pass? Ich meine so ein Monat, also so ein Battle Pass, schon wichtig, oder? Wo waren der jetzt nochmal? 100 dunkle Kristallen und eine zufällige Truhe zu erhalten. Mit den dunklen Kristallen kann ich mir die Blubbles kaufen. Ey, wo war das denn jetzt? Ich war doch vorhin in dem Battle Pass. Wie war ich denn da drin? Was war doch hier? Monatlichen Pass. Ja, aber war da nicht. Da war doch ein coolerer. Da war doch ein coolerer. Da war doch der für 19. Was war das denn mit dem? Aus dem Hilder brauche ich nicht. Chat, wo war das? Bei einem anderen Menüpunkt, bei welchem? Ich habe nur 10. Nicht bei Shop. Bei Geschenken? Wie bei Geschenken? Hä? Wo? Bei da? Ah, ja. Ja. Aber wie? Wo? Pass. Ja. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Aber 20 Euro schon wieder. Ich gehe erst mal Lotto spielen. Äh, nee, das war falsch. Sonderbestellung. Jetzt auf geht's. Die Brau. Aber 20 Euro schon wieder. Wohl. Das war. Wohl. Ja. Nein, ich gehe erst mal. Da war er. Wohl. Wenn dir was auch der ****. Ich gehe, wenn du ein Film da bist. Ich gehe jetzt. Ich gehe. Ich glaube, ich will gar nicht mehr rein-cashen. Ich glaube, ich will gar nicht mehr. Das heißt, ich kann den Stab aufwählen. Jetzt mach weiter. Krieg doch eh nur Scheiße außer Pepper. Weg. Weg. Äh, öh, äh. Waffen? Die verbessern Aufrüstung. Oh Gott. Immerhin habe ich den jetzt einmal verbessert. Ich verbessere den jetzt auch. Weil wir sind nämlich krass. Eigentlich müsste ich das auch, weil das halt auch zwei Sterne hat. Die ist eigentlich voll egal. Äh. Zurück zum Turm. Äh. Äh. Ich weiß das nicht. Ich will auch die Chakren, Chakras, Chakren. Wie spricht man das aus? Also wie, 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 wie pluralisiert man? Chaka, 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 hey, Chaka, Chaka. Oh, mein Auge brennen so. Mein Auge tut weh. Äh. Jetzt lad. Laden. Dann. Bitte. Bitte lade. Bitte lade. So. Was schließt du? Ruiner A, B, was? Was war da? Da war blaue T. Ich schließe Ruiner A, 0, 2, 1, fach ab. Ja, okay. Ich hab, ich hab ne Mail. Nicht aufgenommen. Sie wurden an dich versendet. Vergiss nicht, dein Postfach nachzusehen. Was hab ich nicht abgeholt? Rückwirkende, was hab ich nicht abgeholt? Äh, warum war da jetzt ein Blubbel? Ja. Oh, das will ich haben. Oh, das ist rosa. Ich weiß aber nicht mal, was ich liegen lassen hab. Es tut mir leid, dass ich was liegen lassen hab. Ich weiß nur nicht, was ich liegen lassen hab. Ich hab ein Blubbel bekommen. Da ist ein Staubsauger. Ja. Endlich mal was gescheites. Depressoren. Ich kann nochmal verbessern. So, äh, ja, Franz. Ja, du kommst gleich beim Spiel weiter. Du musst die ganze Zeit nur am Sachen anklicken, die du einholen musst. Ich rosa. Ich rosa. Ich rosa. Ja. Ich rosa. Was ist das? Naja... Was ist das? Jo, klar Griechen. Ja. Nur ich. Niemand sonst. Du kannst alle möglichen Informationen zu den Aktivitäten der Wanderer hier im Ödland einsehen. Was? Wanderer Missionen ab, um noch größere Belohnungen zu halten. Das sind fünf Blubbels. Riesige zusätzliche... Okay, ja, weg. Oh, das Pfeffer. Ich muss erst mal abholen. Ich steige auf 18. Ruine A03. Zapperhübsch. Ja. Ja, ich verstehe. Mega-Arena. Aber wie sehe ich denn... Wo sehe ich denn zum Beispiel die Ruine? Was ist das? A01. Das ist bestimmt eine Ruine. Und das bestimmt... Das ist auch eine Ruine. Kann ich markieren? Irgendwie? Oh, da ist sie. Da steht, ich soll die Ruine. Ich mache erst die Ruine, dann mache ich alles andere. Das dauert halt ewig. Ich frage mich, ob der Gleiter schneller ist. Oder das Fahrzeug. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Das tat nicht weh. Warte mal, das hat jetzt gerade das... Geh weg! Wo? Da? Ich hänge! Warte mal, diese Kacke! Oh, dieses Fahrzeug. Ist ja absoluter Schrecklicher. Oh, Cockblocker, ey. Warte, war da Kopfsalat? Okay. Ich laufe. Ich muss Kopfsalat sammeln. Das ist... Da kriege ich Punkte für. Mann, ich wollte eigentlich die Dinger töten. Die Föls. Ja, Mischmasch, dann schreib halt mehr. Wenn Dominik der Einzige ist, der schreibt, weiß ich nicht. Nee, auch nicht. Mann, oh. Ich bin doch noch neu hier. Wieso hat der einen Würfel? Ich habe doch auch einen Würfel. Hatte ich nicht auch einen Würfel. Ja, den hat der. Deswegen hat es auch immer geblubbelt. Oh, der sieht aus wie ein Flamingo. Wieso ist das hier nochmal? Oh, bestimmt kann ich die Dinger machen. Ja. Ich musste Essen holen. Weiß ich nicht. Ist halt heute Privatstream. Ein Steinkern, wow. Was heißt N? Normal? Was hast du dir für Essen geholt? Mach mal schneller jetzt. Zeig mir die coolen Sachen. Und nicht die blöden Kompositbögen. Das ist auch nicht cool. Kompositbögen ist voll cool. Nee. Hier gibt es, glaube ich, keine, also keine Zehnpul... Nee, gibt es niemals. Soll ich schon vorbei hier. Kompostbogen, ja. Da gehört er zumindest hin. Breze und Joghurt. Ich habe ja doch lecker. Ich wollte doch was Cooles kriegen. Wie viel brauche ich dafür? Welches Teil? Booster-Rahmen? Das machen wir nicht. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich brauche noch nichts. Mann. Mann. Ich verbessere die einfach mal. Ich meine, macht ja Sinn. Ich nehme die ja momentan noch. Und dann blub... Warte mal. Oh, war ich da noch nicht drauf? Okay. Oh, da gibt es wieder so ein Ding. Könnt ihr bitte nicht meine Freundin kaputt machen, die mir gleich was zu schenken schenkt? Was? Schenken, schenken. Wow. Warte doch mal. Oh, nee, nicht der Wasser... Oh, nein, jetzt habe ich den angegriffen. Toll. Wollte gar nicht angreifen. Ich wollte doch den Wasserkern gar nicht angreifen. Hier hat irgendwas geblitzert. Kopfsalat. Ähm. Hier gibt es nur Feuer. Ich brauche aber... Bist du jetzt wieder lieb? Er ist wieder lieb. Nerviger Nachtschicht. Ich hoffe, du erholst dich gut. Danke. Äh. Ich habe ein Geschenk. Heißt du, hat es keine Bestellung auf? Klar, immer. 300 gibt es nicht. Aber das ist kacke. Nee, dann machen wir auf 400. Spiels wählerisch. Ähm. Nee, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Ich wollte zur Ruine. So. Kerne sind so süß. Was für Kerne sind cute? Wenn man nicht... Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Ich hoffe, ich hoffe, es ist etwas, das kann helfen mit der Forschung. Mit der Forschung. Weiß ich nicht, weil er ganz... Also, guck dir an, was hier für hübsche, hübsche Dinger da rumlaufen. Und er... Oh, die Kerne sind schon cute. Ist der wirklich schnell das Wort? Keine Ahnung. Können wir gerne gleich ausprobieren. Da war Kopfsalat! Mann, ich wollte den Kopfsalat mitnehmen. Ich würde sagen, nach der Ruine können wir das ausprobieren. Tausche Relikte und bei der Erkundung... Was? Gehe zu Relikte. Aufstellen. Das ist also ein Fehler, ein Ausrüstungsslot. Und jetzt? Ich benutze einen seltsamen Würfel, um die Steine zu blockieren. Das ist ja wirklich Breath of the Wild. Muss ich jetzt die drei machen? Ich habe noch... Ich habe noch Cooldown. Ah, okay. Kopfsalat wäre ich dabei. Ich habe ganz viel dabei, bestimmt. Er hat mir den Hunden-Trainer besiegt. Aber links sieht nicht so cute aus. Das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe auch nicht, warum man nie Zelda spielen konnte, wenn das Spiel doch Zelda heißt. Oh, ich dachte gerade, ich habe eine andere Waffe. Boah, diese Geräusche sind halt echt ultra eklig. Ich mache mal leiser, solange ich nicht rede. So, da ist jetzt ein Hebel. Und dann muss ich den Dings wegdingsen. Also, was ich gerne mal wieder spielen würde, wäre übrigens Ei. Hallo, Poli. Ich würde wirklich gerne Ei wieder weiterspielen gerade. Ich glaube, ich habe den Abstand einfach gebraucht. Die Pause tat uns beiden gut. Ei und mir. Ah, oh, aua, no. Kannst du bitte runter? Danke. Häh, dahin, du. Boah, ist das doof. Ja, äh, das ist das Genshin-Nachfolge-MMO. Ja, ja. Ähm. Okay, da ist ein Fußballspieler. Kriege ich hin. Hallo, Herr Fußballspieler. Sag mal. Mann, die. Okay, sie hat getroffen. Ausnahmsweise mal. Ja. Warte, ich kriege schaden, wenn ich da in der Suppe stehe. Kann das sein? Ja. So. Äh, nur einen. Also. Ich zeige es gleich. Moment. Moment. Äh, wo war das jetzt? Waffen. Also. Kann momentan nicht angewendet werden, weil ich wahrscheinlich in der Ruine bin. Also, das ist ein gezogener Charakter, aber du kannst doch deinen eigenen nehmen, du kannst doch jeden anderen nehmen. Nur scheinbar nicht wechseln, wenn du in der Ruine gerade bist. Es ist wie Genshin. Du musst Geld ausgeben. Oder halt sammeln. Aber ich glaube nicht mal, also, ich glaube nicht mal, dass man verpflichtet dazu ist. Also, ich glaube nicht mal, dass man es braucht. Also, ich glaube nicht mal, dass man es wirklich braucht. Ich habe Pepper ohne Geld auszugeben gezogen, das erste Mal. Ich meine, und ich kriege die ja auch nochmal. Doch, kannst du. Kannst du, Poli. Du kriegst auch genug, ähm, Belohnungen, dass du halt auch noch, ähm, ein bisschen bessere Waffen kriegst. Also, eigentlich bist du nicht genötigt, in meinen Augen. Also, ich habe jetzt das aufgeladen gehabt und ich fühle mich nicht so, als ob es so befriedigend wäre, wie ich es mir vorgestellt habe, Geld ausgegeben zu haben. Also. Ja, glaube ich, Tweezy, glaube ich. Ähm. Was wollte ich? Jetzt wollte ich noch die andere Ruine. Gut, dass ich... Oh, das war... Verstehst? Raumriss. Ich gehe erst mal zum Raumriss. Ja, das geht... Ja. Oh, ist das hübsch da. Oh, was ist das? Ich will's töten. Hä, wie hübsch. Oh Gott, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Chat, das dauert nur drei Jahre. Keine Sorge, ich schaffe das. Aua. Oh Gott. Äh, ich nehme mal den da. Ja, warte mal. Jetzt warte doch mal. Wieso triffst du von hier aus nicht? Resistance. Das finde ich gut. Das ist nicht so gut, glaube ich. Ähm. Ich glaube, wir gehen lieber... Ähm. Wo gehen wir denn hin? Ich meine, also gehen... Aua! Oh Gott, hallo. Was hast du für eine Range-Frau? Was schreibt ihr da? Ich weiß... Ich mag es halt, weil das Spiel ist halt dafür kostenlos. Das heißt, das ist komplett freiwillig, ob du für das Spiel Geld ausgeben möchtest oder nicht. Und deswegen mag ich das System eigentlich daran. Weil wenn du sagst, okay, ich habe jetzt schon 100 Stunden gespielt. Ich finde es nur fair, wenn ich den Entwicklern was zurückgebe, nachdem ich noch keinen Cent ausgegeben habe. Ich mag das eigentlich. Das ist der letzte Range, ja. What? Oh Gott. Ähm. Ich mache halt einfach nicht genug Schaden. Außerdem ist es Level 22 nicht. Ich komme wieder, wenn ich Level 22 bin, ja?